Hi, ich bin Sandra, die Gründerin der S-Art School und in diesem Video möchte ich dir einmal die sechs Zeichengrundlagen erklären, auf die es beim Zeichnen lernen und Zeichnen verbessern wirklich ankommt. Also, was sind eigentlich diese ominösen Zeichengrundlagen? Diese Zeichengrundlagen sind es, die dir helfen, die Realität vereinfachen zu lernen, also genau das, was du willst. Und das heißt gleichzeitig auch, dass wenn du diese Zeichengrundlagen gemeistert hast, also wirklich verstanden hast, du in der Lage sein solltest, alles zu zeichnen. Und mit alles meine ich alles. Du kannst dann nicht nur irgendwelche Blumen nachzeichnen, einen Menschen zeichnen, eine Landschaft oder was auch immer. Nein, wenn du die Konzepte hinter diesen Grundlagen verstanden hast, kannst du alles zeichnen. Denn die Konzepte helfen dir zu abstrahieren und das Gelernte eben auf andere Objekte, andere Gebiete anzuwenden. Nicht so, wie du es vielleicht von irgendwelchen Schritt-für-Schritt-Anleitungen kennst, wie man, keine Ahnung, eine Eule zeichnet, male einen Kreis und dann den Rest der Eule. Nein, verstehe die Konzepte und dann kannst du auch alles zeichnen. Du kannst das Ganze auch nochmal besser mit jemandem vergleichen, der angeblich Lesen gelernt hat zum Beispiel. Ja, jemand, der meint, er kann lesen, aber irgendwie nur Quittungen und Bedienungsanleitungen. Das ist vollkommener Bullshit. Entweder du hast die Grundlagen verstanden oder nicht. Entweder du kannst alles lesen, Romane, gut, mal wissenschaftliche Texte ausgenommen, aber so die Basics solltest du alles können. Und genau das Gleiche gilt beim Zeichnen auch. Entweder du hast die Grundlagen drauf oder nicht. Und entsprechend kannst du dann entweder nur eine ganz bestimmte Sache oder eben alles zeichnen. Das gilt wirklich für alle Fähigkeiten, nicht nur beim Zeichnen. Jetzt kommen wir aber mal zur Sache. Ich persönlich definiere sechs unterschiedliche zeichnerische bzw. gestalterische Grundlagen. Und persönlich heißt hier, dass eigentlich jeder Künstler mehr oder weniger so seine eigene Definition von den Grundlagen hat. Der eine rechnet die eine Grundlage mit bei der anderen mit rein. Der andere gliedert die Grundlagen mehr auf und benennt die Grundlagen vielleicht unterschiedlich. Aber im Endeffekt ist es trotzdem alles das Gleiche. Egal welche Anzahl oder welche Bezeichnung, im Endeffekt beziehen sie sich alle auf die gleichen Grundlagen, wenn es wirklich Profizeichner sind und das ist dann meistens der Fall. Also lass dich davon nicht verunsichern. Hier lernst du jetzt also meine Sicht der Dinge, die aber, würde ich sagen, ziemlich gut durchdacht ist. Das ist eine besondere Grundlage, denn es ist die Grundlage der Grundlagen wie erwähnt und sollte als erstes gelernt werden. Konkret gemeint ist damit, dass du lernst, Proportionen richtig wahrzunehmen und weg vom falschen, symbolhaften Zeichnen aus deiner Kindheit kommst. Sprich, du lernst Linien, Abstände, Ausrichtungen und Winkel richtig einzuschätzen, wenn nicht sogar zu messen und dann auf dein Papier zu projizieren. Auch der innere Flow bzw. Rhythmus einer Form oder eines Objektes, im Englischen als Gesture bezeichnet, ist hier mit enthalten. Denn wenn du diesen Rhythmus nicht zuerst mit einfängst, wirken deine Zeichnungen später steif und konstruiert. Egal, wie gut du die anderen Zeichengrundlagen auch sonst beherrschst. Du kannst es dir dann so vorstellen, wie als würdest du eher einen Schneemann zeichnen als einen wirklichen Menschen. Der Rhythmus stimmt nicht. Zusammengefasst gilt also, lerne zu zeichnen, was du siehst und nicht, was du denkst. Wenn du lediglich reines Abzeichnen lernen möchtest, dann kann diese Grundlage bereits genügen. Sobald du aber mehr in das freie Zeichnen übergehen möchtest und auch mehr eigene Ideen umsetzen möchtest, musst du dich auch mehr mit den anderen fünf Grundlagen beschäftigen. Diese bauen auf der Kerngrundlage auf und helfen uns, die Welt nicht nur richtig zu sehen, sondern auch richtig zu verstehen. Denn erst wer den Aufbau von Objekten wirklich verstanden hat, kann sich später auch ohne Abzeichnung auf Papier bringen, darauf transformieren, verändern, in andere Positionen bringen und so weiter, eben frei zeichnen. Da das Sehen aber die Kerngrundlage der Grundlagen ist, fließt es auch in alle anderen fünf Grundlagen mit ein. Am allerwichtigsten ist dabei die von vielen leider zu Unrecht gefürchtete Perspektive bzw. das Formverständnis. Denn sie macht am ehesten den Unterschied zwischen Anfänger- und Profizeichnungen aus. Ziel ist es dabei ganz konkret, dass du jedes Objekt gedanklich im 3D-Raum anders drehen, positionieren und verformen kannst, ganz wie du möchtest. Da viele Objekte aber viel zu komplex sind, um sie auf einmal im Ganzen zu zeichnen, geht es vor allem zunächst darum, Objekte vereinfachen zu lernen. Auch damit du sie dir für freies Zeichnen später besser merken kannst. Stell dir einmal vor, du müsstest ein Auto aus dem Kopf zeichnen. Ziemlich überfordernd, oder? Aber wenn du es zuerst in einfache, geometrische Formen zerlegst, sind die Details am Ende nur genau das. Details, die du on top hinzufügst. Die eigentliche Zeichenkunst liegt aber eben in der Vereinfachung bzw. der Karosserie als Grundgerüst und nicht im Lack. Und das gilt sowohl für technische Objekte wie das Auto, als auch für organische wie Menschen. Oder anders formuliert, du kannst noch so schöne Details zeichnen, wenn dein Grundgerüst nicht stabil, sprich perspektivisch und proportional inkorrekt ist, wird alles visuell auseinanderfallen und zeichnerisch eher ungelenk wirken. Beim Beispiel Mensch, du kannst noch so ein schönes Auge zeichnen, wenn es an der falschen Stelle, in der falschen Perspektive ist, wird dein Bild nicht funktionieren. Und ja, viele Anfänger drücken sich dann davor, weil das natürlich erst einmal etwas die Freude am sonst freien Zeichnen nimmt. Hier kann ich aber nur sagen, bleib unbedingt dran. Denn diese Konstruktionen sind nur am Anfang schwer bzw. überhaupt nur am Anfang komplett notwendig. Je länger du übst, desto weniger wirst du all das benötigen. Es ist im Prinzip wie mit dem Fahrradlernen. Am Anfang brauchst du noch Stützen, aber irgendwann hast du die Technik verinnerlicht, sodass du sie nicht mehr brauchst bzw. nicht mehr in dem Ausmaß. Bitte glaube mir, ich habe diese wichtige Grundlage selbst auch viel länger als notwendig vor mir hergeschoben und so meine Entwicklung drastisch behindert. Ich sage dir das alles, damit du nicht den gleichen Fehler machst und schneller lernen kannst. Die nächste Zeichengrundlage bezeichne ich als Licht und Farbe. Damit ist gemeint, wie Objekte beleuchtet sind, sodass sie eine ganz bestimmte Helligkeit, Sättigung und Farbe haben und mit diesen Werten auch in Form von Schatten oder reflektierten Licht mit ihrer Umgebung interagieren und diese beleuchten oder umfärben. Dabei sind es jedoch vor allem die Helligkeitsunterschiede, im Englischen Values, oder eben die Schattierung, die für uns ein Objekt überhaupt erst sichtbar macht und uns seine Formen offenbart. Erst die Trennung von Licht- und Schattenseiten macht eine Zeichnung eines Objektes plastisch. Bestimmte Farben fügen dann noch mehr Emotionalität, Realismus und Lebendigkeit hinzu, sind aber nicht zwingend notwendig. Ein Bild muss in Schwarz-Weiß Werten lesbar sein, sonst funktioniert es in Farbe erst recht nicht. Mit diesen drei Grundlagen, Sehen bzw. Wahrnehmung, Perspektive und Formverständnis, Licht und Farbe, solltest du schon jede Menge gelernt haben und in der Lage sein, die meisten Dinge zu zeichnen. Die anderen drei Zeichengrundlagen sind dann wichtig, wenn du dich zeichnerisch noch weiter verbessern möchtest und spielen je nach Motiv auch noch einmal eine größere Rolle. Zum Beispiel Grundlage Nummer 4, Anatomie, betrifft den detaillierten Aufbau von Objekten. Meistens bezieht sich das auf den Aufbau des menschlichen Körpers. Gerade wenn du Menschen zeichnen lernen möchtest, was ja die meisten Zeichner wollen, solltest du also nicht nur den Körper als Ganzes grob vereinfachen können, sondern eben auch das Skelett, die einzelnen Knochen und Muskeln verstehen lernen. Denn erst dann kannst du so etwas Komplexes wie den Menschen wirklich glaubwürdig zeichnen, da es sich um organische Formen handelt, die jeweils einzelne Funktionen haben und mit diesen je nach Fitnessgrad und Position ihre Form verändern. Je mehr du darüber weißt, desto mehr kannst du frei aus deinem Kopf zeichnen und eigene Charaktere erfinden. Das Tolle ist aber auch, wenn du einmal die menschliche Anatomie gelernt hast, wird dir nicht viel fehlen, um Tiere zeichnen zu können und umgekehrt, da wir viele anatomische Gemeinsamkeiten haben. Und keine Angst, du musst nicht wirklich alle Teile des Körpers lernen und sozusagen Medizin studieren. Es geht vor allem um die äußeren Muskelgruppen und die Knochen. Innere Organe spielen zum Beispiel eigentlich keine Rolle, es sei denn, du möchtest so etwas wie Zombies oder dergleichen zeichnen. Wenn es dir Spaß macht, dann Not zu. Aber du musst eben auch nicht so weit gehen. Und zuletzt möchte ich auch noch sagen, dass es eben nicht nur um die Anatomie von Lebewesen geht bei dieser Grundlage, sondern generell zu allen Dingen. Willst du eine Sache wirklich perfekt zeichnen lernen, musst du sie von Grund auf verstehen, ihren Aufbau und ihre Funktionsweise gleichermaßen. Wenn du also beispielsweise Autos zeichnen lernen möchtest, lohnt es sich, auch die Anatomie dahinter zu lernen. Sprich, wenn du dir etwas Mechanikerwissen aneignest und lernst, was die einzelnen Herstellungsschritte sind, wie der Aufbau mit dem Motor, Karosserie und dergleichen. Auch, wie es sich fahren lässt und so weiter. Und ja, das klingt wahrscheinlich erst mal nach viel Arbeit, aber glaub mir, wenn du eine Sache wirklich zeichnen lernen möchtest, dann musst du da durch, aber es wird dir auch sehr viel Spaß machen, denn im Prinzip lernst du über diese Dinge dann auch die Welt besser kennen. Ja, also zeichnen lernen hat sehr viel damit zu tun, die Welt besser verstehen zu lernen und ich finde, allein deswegen ist das Ganze schon sehr viel wert. Denn das ist, wie ich finde, die eigentliche Schönheit an dieser Kunst. Die vorletzte Zeichengrundlage nenne ich Material und Textur. Denn jedes Objekt hat nicht nur eine unterschiedliche Helligkeit und Farbe, sondern eben auch eine unterschiedliche Oberflächenstruktur. Da diese aber nicht immer zwingend notwendig ist beim Zeichnen, stelle ich sie extra, also getrennt, von der Schattierung über Licht und Farbe als Grundlage. Oder anders formuliert, du kannst einen schattierten Ball haben, der bereits ohne spezielles Material als Zeichnung funktioniert. Das Material bzw. die Textur gibt uns dann aber noch mehr Informationen über das Objekt, erzählt damit oft eine Geschichte und macht die Zeichnung detaillierter und interessanter. Ist der Ball beispielsweise stark reflektiv, metallisch oder eher matt, transparent oder opak? Ist er grob strukturiert? Hat er vielleicht ein Muster oder andere besondere Oberflächenmerkmale, die mir mehr über die Geschichte des Balls verraten? Und so weiter. Und das bringt mich auch schon zur letzten Zeichengrundlage, die auch noch mal etwas gesondert für sich steht, nämlich Konzept und Design. Darunter verstehe ich einerseits die Komposition, also wie die Objekte und anderen Merkmale in einer Zeichnung angeordnet beziehungsweise designt sind und andererseits mit der Idee, dem Konzept, die Geschichte, die du mit deinem Bild erzählen möchtest oder verbindest. Diese Dinge möchtest du optimieren, um den idealen Eindruck beim Betrachter zu hinterlassen, damit er dein Bild ansprechend findet, es aber auch richtig liest. Stichwort Bildführung, denn wenn man eine Geschichte in zum Beispiel Form einer Illustration erzählen möchte, ist es wichtig zu definieren, wo der Fokus des Bildes liegen soll, also zwischen Haupt- und Nebenelementen zu unterscheiden. Wenn es diese Trennung und einen oder mehrere Fokuspunkte nicht gibt, wirkt das Bild chaotisch und die Geschichte darin lässt sich nicht begreifen. Bei einer gut durchdachten Komposition ist genau das Gegenteil der Fall. Die Geschichte, die Idee hinter dem Bild wird besser lesbar und alles wirkt harmonischer. Und damit hättest du jetzt auch schon alle Zeichengrundlagen kennengelernt. Wenn du diese einzeln lernst, dann in Kombination übst und immer und immer wieder anwendest, wirst du sehen, dass du dich mit der Zeit zeichnerisch verbesserst bzw. überhaupt erst zeichnen lernst. Das heißt, diese Grundlagen sind es im Endeffekt auch, die den Unterschied machen, welches Zeichenlevel du hast, ob du Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi bist. Und das heißt auch, Dinge wie dein Zeichenmedium oder irgendwelche speziellen Photoshop-Techniken sind eher Nebensache. Denn diese sechs Grundlagen helfen dir dabei, die Realität zu verstehen und zu vereinfachen und damit in deiner visuellen Bibliothek abzuspeichern. So bist du in der Lage, Symbole zu entwickeln, die eben nicht mit dem interpretierenden Denken von Kinderzeichnungen nachempfunden sind, sondern dem verstehenden Sehen des professionellen Zeichners. Oder in anderen Worten, du entwickelst das Auge des Künstlers, dein ultimatives Ziel. Okay, nun weißt du, worauf es wirklich drauf ankommt beim Zeichnen lernen und verbessern. Lass uns mit diesem Wissen dann in der nächsten Lektion deinen Ausgangspunkt definieren. Wenn du die Übung mitmachen möchtest, schau gern einmal in die Beschreibung. Da habe ich dir einen Link zu meinem kostenlosen Zeichner-Kit Online-Kurs hingepackt. Denn dieses Video war ein Ausschnitt davon und du kannst den Rest sehr gern über eine kostenlose Anmeldung anschauen. In jedem Fall aber vielen Dank für deine Zeit. Schreib mir doch und vergiss auch nicht den Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin gilt aber wie immer bleib kreativ und bis bald.